Oh ja, das werden wir. Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham's Night. Oh Gott, fast den Arm verkackt, aber nur fast. Und wow, das ist krass. Ein Haufen Miliz-Drohnen greifen uns hier an. So, vielen, vielen Dank. Wir greifen das GCPD an und wir müssen das ganze Zeug hier retten. Hey, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Okay. Wow. Äh, abfeuern? Was? Nein, hab ich nicht. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, das hab ich... das vergessen. Oh, ich weiß nicht, warum... wow. Sehr gut. Ich weiß nicht, was ich getan hab, aber ich hab's getan. Das war anscheinend echt gut. Zack, zack. Okay. Ja, vielen Dank, Oracle. Vielen, vielen Dank. Zack. Ja, 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 lass mich dich mal hacken. Sehr schön, vielen Dank. Ich geh ein paar so wieder auf unsere Seite. Habe ich... Habe ich... Oh, Mann. Oh, man. Oracle tut mir echt leid. Sie war ja mal Bad Girl. Oh, Mann, die Arme. Okay, noch mehr zu merken. Das freut mich, dass es ihr so gut geht. Nein. Wow, 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 wow. Das hab ich nicht gesehen. Das Vieh lebt nicht mehr. Du gehst jetzt schön drauf. Tschüss. Danke, tschüss. Sehr, sehr gut. Okay. Was? Okay, ich geb dein bestes Oracle. Ich geb meins. Badman, ich hab die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine aufschalten. Du musst sie nur anlocken. Hörst du das? Der Kampf ist vorbei. Hier kommt! Scheiße! Was zur Hölle treibst du da? Lass uns rein! Ich versuch's ja! Schieß das verdammte Ding aus den Nagel! Wir brauchen den Aufzug noch! Ich dachte, du könntest trecken! Ich erledige das zurück! Okay, Moment. Muss ich da jetzt etwa... Die Miliz stürmt das GCPD. Ich muss sie aufhalten. Achso, okay. Ähm. Ich kann die nicht direkt ausschalten? Naja, was soll's? Zack! Zack! Oh nein, nicht schon wieder der! Geh drauf! Vielen Dank. Das ist echt nett von dir. Oh mein Gott, das will ich bei irgendeinem machen. Komm schon, lass mich dich ausschalten. Tschau! Oh mein Gott, kann ich das nochmal machen? Hey. Nicht nett. Hey, hey, hey. Nicht nett. Ich will das da... Nein! Hallo? Das da und... Nein, okay. Ja, nein. Nicht. Kann ich hier noch einen so ausschalten? Nee, kann ich nicht. Hey! Hör auf damit! Leg diese kacken Dinger weg! Danke! Das ist nicht nett, das ist nicht nett, das ist nicht nett. Tschüss! Tschüss! Ciao! Ja, das trifft, glaube ich, mehr auf euch zu, statt auf mich. Oh komm, wieso musst du diesen blöden Schild aufheben? Ah, was kommt da? Was kommt da? Bitte sag, es ist auf meiner Seite, was auch immer es ist. Was? Ah, komm schon! Nein, wo ist der? Wo ist der? Nein! Wow, was hab ich gemacht? Oh. Hehehe, ihr kommt hier nicht her. Zack, zack. So, weg mit dir und dir und dir. Oh komm, wieso haben die jetzt schon wieder die Schilde? Zack, zack. Die, bam, bam. Oh. Welcher Zaun? Der Zaun? Der Zaun? Welcher Zaun, Oracle? Mehr, mehr Informationen, please. Sack. Das war eher ungeplant, aber es hat geklappt. Okay, ich weiß noch nicht, von welchem Zaun sie sprach. Ich glaube, sie meinte den, aber ich habe nichts gesehen. Deswegen, ja, okay. Ah, komm, nicht noch mehr. Oh, komm, zwei dicke, nein. Bitte sag, das sind die Einzigen. Sag, die anderen bleiben da hinten. Nein, die anderen kommen da natürlich auch noch. Wir sind die Westen. Mit uns kannst du nicht mithalten. Hä, 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 warum? Ah, Gott. Ist da so ein, da ist sogar so ein Heilungstypi. Kein Heilungstypi. Nein, tust du nicht. Lass mich den Typen da umlegen. Nein, der Typ ist der wichtigste. Der muss drauf gehen. Nein, tust du ihn nicht. Doch, kann ich. Tschüss. Danke, okay. Der Rest sollte jetzt einfach sein. Oracle, von welchem Zaun hast du gesprochen? Das wäre jetzt echt nützlich, das zu wissen. Bitte, 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 bitte. Wow. Hör, der, der da lebt ja noch. Warum lebst du noch? Ah. Oh mein Gott. Ich bin gleich weg. Oh mein Gott. Ich bin ja echt gleich weg. Hey. Warum so viele? Ich hasse die. Und die haben auch noch so einen Heilungstypi. Oh, scheiße. Diese Zwischensequenz war echt unnötig, mein Freund. Oh Gott. Okay, Cash alles abbringen. Sofort. Gott verdammt. Gott verdammt. Sag mir nicht, ich muss jetzt nochmal alle besiegen. Bitte sag mir nur diese letzten, die besten in Anführungszeichen. Ja, okay, nur die. Jetzt überspringen wir. Ich versuche hier durchzuschlagen. Du gehst. Drauf. Nein, ich muss den da umlegen. Nein, ich muss den da umlegen. Und jetzt den da. Den da, den da, den da. Nein. Arck. Ich will den Weißen da umlegen. Danke. Oh, hier hinten. Den Zaun meinte sie. Kommt schon. Einer von den Dicken, bitte. Yes. Sehr gut. Okay. Ja, jetzt. Nein. Ja, jetzt gehst du erstmal drauf. Und. Tschüss. Okay. Huhuhu. Bin fast drauf gegangen. Aber nur fast. Hab keine Angst. Du hast ein Trophäer erhalten. Okay. Hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sieht echt übel aus. Danke, Aaron. Aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Oh, scheiße. Versorg die Überwachungsdaten. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Scheiße, 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 scheiße. Okay. So schnell wie möglich. Tim, mein Freund. Wir sind auf dem Weg. Oh fuck. Und wir haben ihn in die Zelle gesperrt. Neid erwischt. Auf frischer Tat. Und hat ihn einfach gehen lassen. Wenn du mich fragst, ist er mehr, als der Neid je erzählt hat. Ne, das wollte ich nicht. Oh Gott, das wollte ich erst recht nicht. Weg hier. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, Jason wird auch dort sein. Und wird dann Tim irgendwie umlegen wollen. Vielleicht. Zack. Nein, keine Schockwelle. Äh, lass mich da rein. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott. The Ghost in Grey. Oh, the Flying Grayson. Cool. Harley. Freeze-Schuss. Warum ist der da nicht mehr drin, ne? Die beiden liegen immer noch tot hier. Harley, was hast du gesehen? Shut him. Und noch, ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschoten. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpuppen und dann aufschnitzen. Wie einfallslos. Alter. Harley, was hast du gesehen? Nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerätscht haben, die werden verstümmelt oder dazu hirngewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben. Aber du und ich, wir gehören zusammen. Oh, Mann. Ja, das kennen wir ja noch aus Arkham Knight. Äh, aus Arkham City. Und aus Highland, glaub ich, auch. Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin. Ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Aber ich finde es am Anfang irgendwie ein bisschen komisch, dass manche mit... Ah, doch, jetzt. Ah, was soll diese Plötzschmusikwechsel? Hast du es beobachtet? Ja, das meine ich. Die Scarecrow den kleinen Vogel näsigen Loser mitgenommen hat, den du in die Zelle gesperrt hast? Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen. Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat Ihnen übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Okay, noch mal sagt sie... Natürlich waren sie nur Schatten des Originals. Doch alle hatten sie ein kleines bisschen Mr. J in sich. Ja, ja, sei ruhig. Gut, ähm... Ich schätze, wir müssen tun, was er sagt, oder? Was, geh auf, Betsy? Gut für dich. Du wettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sack es sich nicht tötet, nachdem er seinen Spaß hatte. Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine fünf Minuten allein lassen, ohne dass sie gekippt werden. Ist das dein Herz, Mann? Und er mit, nein, bleibt hinten stehen. Ich gehe wirklich sehr gut. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Zeit für eine Entscheidung, Bets. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Oh, fuck. Moment, ist das mit Timmy jetzt Nebenmissionen? Nein, oder? Ja, ich will Gordon retten. Alfred, ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. Das gibt es auch so schon nicht mehr, mein Freund. Das gibt es auch so schon nicht mehr. Okay, wie lange haben wir denn noch für den Part? Ah, fünf Minuten. Hast du das gesehen? Batman hat seine Karre echt aufgemotzt, Mann. Ja. Okay, dann würde ich sagen, werde ich den Part auch gleich hier. Oben auf der Brücke. Und im nächsten Part retten wir dann hoffentlich Robin und Jim. Oh Gott. Okay, da unten müssen wir hin. Ja, unter die Brücke. Okay. Dann Leute, würde ich sagen, war es das für heute. Mein Name ist Vitus und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.